Im heutigen MoGi lernen wir den Spanier kennen. Wer das ist, lernt ihr heute kennen. Oder ihr wisst es aus dem Stream. Die Leute wissen Bescheid. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gern abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben da lassen. Und ich würde sagen, rein ins MoGi. Mäh, das ist auch geil bei dem Stream. Nee. Was ist denn mit ihm falsch? Luigi mit Schwammreifen und Scooty, Digga. Wo lebe ich denn, Mensch? Ja, hier kriegst du direkt einen Trail rein. Made back. Metachange, genau das ist es. Das ist die neue Meta. Glaub mir, der Typ weiß Sachen, die wir nicht wissen. Ja, Bro, come on, Mann. Jetzt hol doch deinen Trail nicht raus. So gut, dann begge ich. Okay, ich verstehe. Ihr wollt mich komplett tot sehen. Dann begge ich. Okay. Habt verstanden. Was ist denn er für ein aggressiver Spieler? What the fuck? Was geht mit dem grünen Birdo, Alter? Was? Was? Wilder pull. Und dann ist da. Ich nehme den Star aber gerne. Everyday, every night. Oh, okay. Was ist, ich bin vor meinem Set. Guter Pull. Holy shit, richtig guter Pull. So viel werde ich. Oh, mein Gott. Okay, kann sein, dass ich durch ein neues Item bekommen habe, vielleicht. Ich muss rein, ich bin viel zu weit hinten. Oh, nice. Aber der hat Ghost. Bitte geh rein. Bitte geh rein, Bro. Nicht mein Star Clown. Bitte, mir ist mein Mate. Na, willst du reingehen in deinen Ghost? In deinen Bill? Hab ich den? Den hab ich nicht. Für Beschubung ist es aber auch gut. Okay. Okay. Warum? Warum? Warum wird der Typ mit Triple Reans gebacked? Alle haben Reds, ne? Nein! Ich hasse diese Map für das Ende. Es ist so schlecht. Mate 11, okay. Nein, halt denn leider. Ja. Ja, den aggressiven Spanier rausgenommen. Hey, Bro. Bro, was war denn seine Mission jetzt, Digga? Herzlichen Glückwunsch. Ja, wer geht jetzt? Ach, Mann, Digga. Er ist so lost, Bro. Dann space mich halt, wenn du schneller bist, Digga. Wenn du mehr Coins hast. Mein Sack. Ich hätte meinen Trail und Bombsnipe mich, Digga. Was sehe ich? Ja. Moment, aber Zweiter. Da ist auch gut. Die Progängs sind gar nicht gut. Ja. die sie mal einen vierten geholt ne 45 nice okay das lief gerade gut mal schauen ob es jetzt wieder gut läuft schauen wir mal hier schreibt noch mal can you change color please in chai preys können sie auch ja da sind sie richtig da sind weltmeister drin das war ja so unfassbar böse wir sind auch zu müssen können probieren es darf zu bergen danke man ist okay wir lassen die interview ist fein super genau ich bin jetzt genau bei der bombe ich muss immer weitem gehen unbedingt die coins bitte kann der bill an mir vorbeifliegen ich brauche ich brauche ein item man naja es ist unfassbar wie viele boomeränge mich dieses rennen hätten jetzt reicht es doch auch mal wirklich ja ich kann mit dem golden nichts machen weil der vor mir natürlich triple reds ja ok die box wäre natürlich big gewesen wo was ist seine mission man was ist seine verfickte mission die seite spanier ist es wirklich ist in drei rennen und der typ ist nur am griffen nur am dummen place machen digga er ist so lost row was ist denn los mit ihm aber mein mate ist drei ist gut nice so ok he-he lo ohne voraussetzung Seht ihr das? Seht ihr, wie der Spanier einfach die Green schmeißt nach vorne? Ja, also, Digga, piss dich, Mann, wirklich. Geh woanders immer auf die Nerven, Alter. Er schmeißt einfach seine Green ins Nichts, Digga. Probiert irgendwen random zu snipen. Was ist denn los mit ihm, Mann? Ein Kackplay. Digga. Na, es gibt auch gute Spanier. Nicht nerven. Sorry an dem Dreh. Dusche. Ey, wenn die mich jetzt getetet hätte, ne? Wenn kein Schock kommt, ist das gut. Zweite Blue ist hoffentlich unwahrscheinlich, weil gerade eine kann. Ich halte mir das einfach echt bäckig was vom Ziel. den Luigi, glaub ich. Vielleicht überholt mein Mate noch den Luigi. Ne, okay. 1,8. Nice. Spanier last. Kann man run, wenn man sich wegbrechen kann. Kommt allerdings auch sehr auf Blue. Und am Anfang wird geschrooom. Ja, da kommt zum Beispiel einer, aber nur einer. Okay. Spanier ist hinter mir. Super Voraussetzung. Ich glaube, den habe ich runtergewärmt. Oder lebt der? Flüscheln. Flüscheln. Schade. Die Planter hat es leider versaut, aber war das Risiko, was ich eingegangen bin. Ich wäre sonst von der Blue gehittet worden, also kann man nicht auch die Planter hitten. Spanier auf 1. Wenn er da auch so aggressive spielt, bleibt er doch nicht. Los ist aber mega. Hat nicht gereaditiert? Nee. Ich wusste es. Ich wusste es. Diese Drecksau fängt an zu feuern. Den Schuhe müß ich gleich instant. Also, zum Glück war ich ready dafür und konnte schnell meinen Ghost nutzen. Ja, schade. Ich werde ihn gerne gedodged, aber das Feuer war auch wichtig. Ja! Ja! Oh Gott, der Arme. Es tut mir so leid, Bro. Das ist so kacke für ihn. Nice second. Oh, das tut mir leid für den Dude. Richtig neu, Flo, was geht. 2-9, okay. Und damit auf einmal MVP. Die Mad bumpt mich leider komplett racist, aber kann er nichts für. Nice Internet. Nice Internet. Ich brauche auf jeden Fall Coins. Oh ja, habe ich Bock auf den Spanier mit Triple Beans. Ja. Die fliegen so safe, ich wusste es. Diese Drecksau, ne? Der ist so schlecht. Holy shit, mein Mate ist eins, das ist aber gut. Heilige Scheiße. Ich es einfach wusste. Ah, mein Mate ist Schock, Blut, shit. Digga, der Typ, wirklich. Uff. So ein Scheiß, ne? Hat der ein Horn, okay. Oh mein Gott. Reicht's? Und ein Bill. Oh shit. Blue. Bin ich, teammate? Bitte nix mit dem... Ah, shit. Ja, my bad. Ich war zu greedy mit der Red. Oh, mein Mate wurde noch geowned vorm Ziel. Schade, ich glaube 4, 6 oder so sind wir. Ist trotzdem okay, 4, 7. Ist fein. Schade, man. Ich weiß nicht, was er sich denkt. Er will irgendwen... Er will einfach nur irgendwen rausnehmen. Ich glaube, er hat... Er hat selber keinen Plan. Spam. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo kommen... Warum, Game? Warum? Grüß dich, Emily. Ja, ja, natürlich ist es der Spanier, Digga. Hier, piss dich. Wenn dir gehittet hätte. Digga, dieser Spanier, ne, es ist der Wahnsinn. Der Typ ist echt der Wahnsinn. Er muss werfen. Er muss seine Items spammen. Er kann einfach nicht anders. Es geht nicht. Was, mein Maid? Nee, oder? Nice. Ja. Wahnsinnskerl, wohl eher Wahnsinn, Digga. Das trifft's eher. Wo ist denn mein Maid, Mann? Okay, er ist Lidl. Gut für ihn. Sorry, Michelin, es tut mir leid. Siebter. Siebter. Mäid, leider Lars. So ein K8-Turnier-Gewinne. Ja, es ist halt wirklich schon ein großer Vorteil, wenn man aktiv darauf achtet, auf seine Münzen zu achten. Mal auf die Karte zu gucken, mal den X-Knopf zu verwenden. Das sind so allgemeine Tipps, die man geben kann. Der Rest wäre jetzt zu schwer, das alles zu erklären. Das sind die einzigen allgemeinen Tipps, die ich so geben kann. Der Rest ist dann schon wieder zu tiefgründig. Zu nerdy. Hüften. Ja, auch gut. Digga. Hüften. Tricken. Ja, war es der Spanier? Nee, okay. Hätte mich nicht gewundert, wenn es der Spanier gewesen wäre, sage ich ehrlich. Aber er hat wieder Leute im Visier mit seinem Feuer. Ist schön für ihn. Bring die Münzen mal mit schneller. Man fährt schneller, wenn man zehn Münzen hat, als wenn man null Münzen hat. Oh, ne, ja, ich, also wirklich den Spanier habe ich wirklich liebend gern mit Triple Reans vor mir. Michel hat den, glaube ich, auch gern. Ich glaube, Michel mag den vielleicht noch mehr als ich. Digga hat einfach... Okay, er hat noch eine. Oh, was ist seine Mission, Bro? Also jetzt mal real talk. Guckt der nach hinten? Also hat der irgendwie mal einen Rückspiegel geschaut, als ich da mit einer Red bin? Was ist denn los mit ihm, Digga? Nee, ich chainred ihn natürlich nicht. Nein, bitte! Nein! Hab ich geschockt touched? War das ein Schock? Bin ich gerade geschockt touched, Leute? Ich habe mich das nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob ich gerade geschockt touched bin. Alle mit Triple Reans unterwegs hier. Megabock. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. mit ist 1 ich believe nein michel michel bitte michel bleib da einfach michel Okay! Star! Rein da! Oh mein Gott! Fünfter 1.5 Nice! Michael! Junge, mein Teammate! Alter, schnell da! Wirklich, made a round anscheinend. Star? Nein, kein Star. Okay. Let's go, let's go. Star ist gut, aber ich hätte ihn natürlich gerne im zweiten Slot hinter Triple schieben, und nicht hinter einem Single schieben, deswegen würde ich ihn, denke ich, hier nochmal chainen. Oh mein Gott! Okay, ich gehe Risiko. Ich gehe Risiko. Der hinter mir hat nur Bill. Ich hoffe, der hat da keinen Schock hinter. Finde ich mich stan. Bro, bitte! Wo ist das Fein dahinter? Oh, Teammate, bitte, Mann. Jetzt habe ich sein Feuer geklaut, Digger, Teammate, Bro. Oh mein Gott. Warum, Bro? Warum? Ich hätte vor allem nicht sein Feuer geklaut, wenn ich vor ihm gewesen wäre. Oh mein Gott. Ich meine, ich hätte eine Schraube locker, ne? Der spammt seinen Trail ins Pack rein, es juckt ihn nicht. Teammate auf eins. Der Dude mit den Triple Greens suckt natürlich. Ich glaube, ich space den mal und gehe auf Double. Wirklich keinen Bock auf diese Greens. Ah, okay. Ne, er klaut von irgendwem vor einem. Aber wenn er hinter mir... Ich wäre ja hinter mir gewesen, wenn er mich nicht gefeuert hätte. Das heißt, ich hätte nicht sein Feuer klauen können. Darum geht es mir quasi. Mate is of eins. Ich pull Feuer, ja, weg mit der Scheiße, wirklich. Hier, Left Path. Da war ich noch gut. Nice. Nice place, Box. Mate is noch eins. Mit den Stargleichen Double Chain, wenn ich darf. Mal schauen, ob gleich ein Schock kommt oder nicht. Ne, wir haben beide Goldies. Nice, guter Pull, holy shit. Mate wird leider geblut. Ich muss ihn wahrscheinlich gleich husen. Dann, wenn er ne Red ist. Oh nein, der Spanier mit Triple Greens, ne? Crazy. Okay, er ist dead. Ich glaube, Michel hat ihn rausgenommen oder so. Oder er ist in Ghost gespammed oder so. I don't know. Mein Gott. Mein Gott, teammate. Zweiter. Hallo, Wobbeldiebobbel. Und Bene, dich natürlich auch. Begrüße ich natürlich auch. Ich sag euch, das ist ein Mogi. Let's try this. Let's do it, teammate. Let's do it. Okay. Ich bin wieder so im vierten, okay. Okay, bro. Okay, bro. Und dann ist wieder der Spanier. Auf den habe ich natürlich am meisten Bock. Michal ist hinter mir. Okay. Vielleicht lasse ich ihn vor. Ah, ne. Ich habe einen hohen Kampf. Ist gut für mich. Ah, Duisbette hätte ich natürlich lieber bekommen. Mein Gott, der Schallgeil. Ich glaube, der könnte von meinem Teammate gewesen sein, der Schock. Weil er hat mich perfekt, wirklich perfekt nach der... Nach der Dingens geschockt. Nehme mal die Kollen. Braucht die. Vielleicht war es jetzt ein Fehler. Ah, okay. Doom ist gefährlich. Doom hittet mich nach der Threat. Das war's. Ich wusste, dass der baggt. Ich wusste es so sehr. Aber nice. Zweite Schallgeil. My mate ist auch wieder vorne. Zwei, acht. Okay. Zwei, acht. Zwei, acht. Maid ist auf 69. Na, vielleicht holt er sich ja noch was. Wäre nice. Ja. Da, okay. Mäde sind da mir. Ja. den hupe ja überlege schade hat sie nicht er sollte jetzt auf 1 sein er hat gar nicht geguckt wahrscheinlich wurde er gehittet oder so ja ich hoffe die red war von dem spanier ich sag ehrlich egal spammt doch alles durch wirklich immer mit es vor den bus ich sollte hoffentlich schnell wieder groß werden ja ja land halt wirklich man legt doch wirklich so dass du in mir landes mann ich werde gerettet habe ich verdient der dude muss wirklich so leggen dass er in mir landet ne ach man ich glaube wir sollten wir sind glaube ich ganz gut dabei also ich glaube wir sind zwar ist last place ja wir haben c das gut wir haben m d hier und ja wir haben d ich glaube nur es hat uns wir sind zweiter ja